Servus beinahmt und herzlich willkommen zu einem neuen Film. Nachdem wir ja jetzt schon die Puffbohne angebaut haben im Garten hinten, wollen wir gleich weitermachen mit dem Vorziehen von Jungpflanzen. Und zwar werde ich heute Paprikasamen in die Erde bringen. Dazu benutze ich solche Schalen. Hier sind Schalen, die man Fertigsalate hat. Die schmeiße ich natürlich nicht weg, weil die haben einen großen Zweck für mich. Ich habe überlegt, ob ich unten schon Löcher reinbohren soll, damit es keine Staunässe gibt. Aber das werde ich nicht tun, weil die Schälchen brauche ich ja später wieder für die Saatgut ernte. Als Erde werde ich hier nehmen, eine Anzuchterde. Von einer sehr bekannten Firma. Muss ich aber dazu sagen, die ist recht teuer. Da kosten 20 Liter 6,50 Euro ungefähr. Mache ich jetzt nur bei den Paprikas. Und wenn noch was übrig ist, später bei den Tomaten. Alle anderen Sämlinge kommen dann in eine Anzuchserde von einem Disconter. Die habe ich auch schon gekauft. Das ist biomäßig und kostet nur 2,60 Euro mit 16 Liter. Schon ein kleiner Unterschied. Vor allen Dingen, wenn man jedes Jahr so zwischen 5 und 8 solche Säcke braucht. Aber wenn hinterher das nicht funktioniert mit den Paprikas, dann kann ich nicht sagen, dass es an der Erden war. Dann gibt es immer ein anderes Kriterium. Andere YouTuber mischen sich ihre Anzuchterde selber. Aber dann müsste ich sie erhitzen, damit die Eier oder die Bakterien, um was drin ist, drauf geht. Und dann ist halt die Frage, was ist günstiger, wenn ich eine billige Anzuchterde kaufe. Oder hier von einem namhaften Hersteller. Oder die Stromkosten von einem Elektroofen. Meine Küchenhexe habe ich nicht. Ja, wahrscheinlich habe ich eh schon fast zu viel. Aber ich werde es mit 5 Sorten probieren. Wenn die Samen in der Erde drin sind, braucht man natürlich einen warmen Ort und ein bisschen feuchte Luft. Dazu nehme ich dann diese Behälter hier. Ja, ich lasse es mal drin, bis ich oben bin. Ich glaube, ich tue mich leichter mit dem Tragen. Und den Rest machen wir jetzt dann oben in der Wohnung. Ich musste leider eine kleine Pause einlegen. Weil die Batterie vom zweiten Display, den ich auf der GoPro drauf habe, wo ich mich kontrollieren kann, leer geworden ist. Anbauen am Paprika werde ich eine Snack-Paprika Cornody Taro Rosa So schaut ihr aus. Habe ich noch nicht gehabt. Eine Block-Paprika Golden Star Das ist die hier. Dann die Yolo Wonder Habe ich auch noch nicht gehabt. Das ist die hier. Dann habe ich noch den roten Augsburger. Der ist letztes Mal nichts worden und da habe ich noch ein paar Körner übrig. Das ist den, den ich vom Gartenbauverein geschenkt bekommen habe. Ja, und dann habe ich noch meinen roten Spitz-Paprika, den ich aus einer Frucht geerntet habe, von der Edeka. Ich habe den jetzt schon mal nachgebaut. Er wird genauso groß wie die Gekauften. Er wird genauso süß wie die Gekauften. Und da er jetzt schon mal bei mir im Garten gewachsen ist, habe ich gleich von den neuen Früchten, neuen Samen hergenommen. Das hat den Vorteil, sie gewöhnen sich leicht an das Klima, was wir hier haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Paprika vorzuziehen, damit sie schneller keimen. Aber ich denke, dass es noch nicht einmal Mitte Februar ist. Ist es ein optimaler Zeitpunkt, Paprika anzubauen. Ich werde natürlich nicht alle Samen brauchen. Und deshalb werde ich die, was übrig sein, von den Jungpflanzen wieder verschenken. So. Ich werde jetzt mal hier ein paar cm auseinander hinlegen. Oh, ich habe ganz vergessen. Zwei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Ja. Die Firmen werden auch immer knickriger. Aber ich denke, neun Samenkörnchen sollten reichen. Daneben gefallen ist keiner. Nee. Jetzt werde ich sie mal ein bisschen andrücken. Ganz wenig. Man sagt ja, Paprikasamen sollte ungefähr die zweifache Tiefe wie das Samenkorn. Anderer sagt ein Zentimeter. Ich denke, wenn man es maximal ein Zentimeter tief eingrabt, kann man auch nichts verkehrt machen. Und damit man weiß, welche das ist. Das ist die Snack-Paprika. Snack-Paprika. Da habe ich so ein Eisschildchen schon letztes Jahr mir zugelegt und da schreibe ich es drauf, dieses Mal mit Kugelschreiber. Letztes Jahr habe ich einen Bleistift genommen, aber manche Stäbchen ziehen das Wasser auf. Und dann geht die Farbe ab und dann geht die Farbe ab, man sieht das nicht. Und dann kommt es vorerst einmal hier auf die Seiten. Dann können wir den nächsten holen. Jetzt legen wir mal hier auf die Seiten. Das ist jetzt der Golden Star. Dann... Dann, dann... Dann, dann... Das war's für heute. Ja, und es ist kein Blödsinn. Auch hier sind bloß sechs Samenkörnchen drin. Auch wenn es eine billige Geschichte ist. Man kann schon erwarten, dass man zehn Körner reinmacht. Zum Haufzeiten, weil die Packung auch schon wieder leer ist. Ich könnte ja eigentlich gleich die Schälchen hier in diese Treibhausböden rein tun. Das mache ich deshalb rein, weil es hier noch einen Deckel dazu gibt. Und warum, das sage ich euch gleich. So, jetzt kommt die YOLO Wanda. Jetzt bin ich mal gespannt. Das sind jetzt Sämereien. Die jetzt nicht in so einer Keimtüte drin waren. Na, wenn ich sechs Samenkörner heute ausliefer und der Samen ist frisch, dann brauche ich nicht in solche Zusatztütchen reinmachen. Dann nehme ich lieber so eine Packung her, wie der hier. So, und jetzt zeige ich euch mal. Das sind schon ein bisschen mehr als sechs Korn. Also passt auf beim Kauf von der Sämereien. Sicherlich mehr wie zwei, drei Pflanzen baut sich keiner an. So, mehr brauche ich auch nicht. So, und der Rest kommt dann wieder in die Tüten rein. Und selbst hier liegen zwei Stück noch daneben, aber da ich es nicht zuordnen kann. Ob die jetzt hier rausgeflogen sind, lasse ich es lieber weg. Der YOLO Wanda. Hier werde ich jetzt den roten Augsburger ansehen. Und dann muss ich jetzt dieses Jahr ein bisschen besser aufpassen als letztes Jahr. Ja, selbst hier habe ich mehr als sechs Körnchen noch übrig. Mit der fick ... ... ... ... ... So, das ist der rote Augsperl. Jetzt stehe ich euch mal ein bisschen näher. Diese Samen, der hier drin ist, ist von einer Paprika, von einer einzigen Frucht. Das sind bestimmt 100, zwischen 50 und 100, sagen wir mal so, Samenkörner. Oder kann man ja mal ein bisschen großzügiger sein. Wenn man so viele Samenkörner hat in der Hand, das verleitet einen schon gern dazu, dass man ein bisschen mehr in die Erde steckt. Aber man braucht ja auch nachher wieder ein bisschen Platz. Und da steckt man jetzt 20 Körner rein, für das, dass ich dann nur zwei Pflanzen brauche. Aber mei, das ist halt, das ist halt so. Auch hier kommt dann das Schildchen rein vom Spitzpaprika, da es mehrere Spitzpaprikas gibt, von der Edeka. Und anschließend werden es alle gewässert. Eine Ballbrause nennt sich es genau. Und mit dieser Ballbrause, da ist halt jetzt wenig Druck drauf, da spült es wenig von diesen Samenkörnern wieder rauf. Es wird immer was raufkommen. Aber die werde ich dann einfach so wieder mit den Fingern in die Erde drücken. Da ist auch eins draußen. Und da kommen jetzt solche Deckel drauf. Man sagt ja, Paprikasamen brauchen zwischen 20 und 24 Grad mindestens zum Keimen. Hier im Haus gibt es keine Zentralheizung. Das ganze Haus wird mit dem Kachelofen, was man hinter mir sieht, beheizt. Ich heize allerdings erst so am Nachmittag so gegen 4 Uhr ein. Hab dann aber über die Nacht eine Temperatur von 22 Grad bis 23 Grad. Und deshalb kommen die in solche Mini-Gewächshäuschen rein. Da wird auch oben zugemacht. Und dann stelle ich es auf dem Kachelofen oben drauf auf eine Korkplatte. So habe ich es jedes Jahr gemacht. Und jedes Jahr ist irgendwas draus geworden bis auf den roten Augsburg. An der Erde kann es nicht liegen. Ich habe die beste Erde genommen, die ich bekommen konnte. Kann es nur an der Temperatur liegen. Aber wenn ich jährlich bin, wenn ich von jeder Sorte nur ein Pflänzchen habe, dann ist es wahrscheinlich eh schon so viel Paprika, den ich selber gar nicht verbrauchen kann. Am liebsten ist mir hier der von der Edeka. Aber wenn man nicht experimentiert, dann weiß man auch nicht, ob es noch etwas Besseres gibt. Und deswegen räumen wir den mal hier hoch. Und bevor es eingeheizt wird, lege ich die Korkplatten drunter. Hier habe ich noch zwei Pflanzen, die noch kein Wasser bekommen haben. Im Wasser muss man halt aufpassen, weil die Schalen unten keine Löcher drin haben. Aber ich glaube, das habe ich so ziemlich im Griff. Und da hat es jetzt kein Samenkorn rausgedrückt. Ja, und was machen wir jetzt mit dem einen? Für den einen extra nochmal ein Gewächshäuschen holen. Machen wir nicht. Das geht ganz einfach. Der kriegt den Deckel, so wie er gerade dabei gehabt hat. Da wird die Kerbe reingeschnitten. Da kommt dann das Stäbchen wieder rein. Und einmal am Tag, solange nichts rauskommt, solange nichts keimt, werde ich einmal am Tag den Deckel aufmachen. Um die Feuchtigkeit, die unter dem Deckel sich ansammelt, wieder rauszulassen. Und der kommt dann auch einfach nur hier mit dazu. Und schon habe ich meine Paprikas für dieses Jahr angebaut. Die anderen Sachen, die meisten kommen ja erst ab März in die Anzuchtschalen. Nur das, was lange dauert, wie für Salis. Für Salis werde ich dieses Jahr aber keine aus Samen ziehen. Ich habe ja letztes Jahr Stecklinge gemacht. Ich blende es euch mal ein. Und die schauen recht gut aus. Und wenn alle Pflanzen hier was werden, dann habe ich so viele für Salis, dass ich es gar nicht alleine essen kann. Was man noch anbauen kann, ist die Aubergine. Auberginen werde ich dieses Jahr keine anbauen. Ich selber mag sie ja nicht unbedingt. Und im Tomatenhaus haben sie mir letztes Jahr mehr Schaden angerichtet. Weil Tomaten und Auberginen, das sind gar keine guten Freunde. Entweder geht die Tomate drauf, wie im vorletzten Jahr. Da habe ich drei Pflanzen Auberginen drin gehabt. Und letztes Jahr hat die Aubergine darunter gelitten, weil die Tomaten, die in der Nachbarschaft waren, zu kräftig waren. Und darum lasse ich es dieses Jahr bleiben. Was ich noch anbauen werde in Kürze, sind Gemüsezwiebeln. Weil die brauchen auch ein bisschen länger. Aber da hole ich euch wieder dazu. Vielleicht schon in ein paar Tagen. Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020